Ok, komm wieder mal hinter dir. Hast du deinen Gehör? Hast du den Gehör besser? Was ist los? Dort rein und ausschalten. Ist das Gehör besser? Nein, dort rein und ausschalten. Irgendetwas steht mit dem Gerät mehr. Nein, rein und ausschalten. Es geht innen. Du trugst schon direkt. Weiß zwei. Irgendetwas stärker. Entschuldigung. Wie du das merken? Ja, was das los ist. Das ist echt sinnig. Oh, wir steigen vor. 40 Minuten. Ja, wir steigen vor. Ja, wir steigen vor. Ja, wir steigen vor. Hier, wir steigen vor. Hier, wir steigen vor. Und wir steigen vor. Und wir steigen vor. Hier sind die Deutschen. Okay. Yes! Links, links, links! Geh links! ... ... ... ... ... ... Wuuuuh! Ren weiter! Hahaha! Hey, das gibt geile Ausnahmen. Guck mal. Guck dir sich so. Ja, ja, geht weiter. Links sind die Steine, ziehen die Rechts. Die Umwege und dann rechts. Aber nicht zu weit vorne. Wie meinst du das? Nein, geh rechts. Geh rechts und eine Spur. Geh rechts. Wuuuuh! Haha! Wuuuuh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, noch für uns! Komm, noch für uns! Schiet! 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 Wir gehen dann so, wie wir das letzte Mal sind. Weisst du noch wie? Wir sind gerade im Wind, oder? Ja. Also nicht dieser hier. Dort vorne. Ich bin nicht ganz so weit. Okay. Ich sehe doch nichts. Da war die Lawine. Ja. Wir kommen da gerade hin und dann auch. Nein, nicht da. Da nicht. Da drüben. Nein, es ist immer und dann auch. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Okay. So. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020